Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Rainbow Six Siege. Heute mit dabei Kim und Böhnli. So. Warum machst du das Ding nicht so? Eigentlich, dass sie da nicht rüberspringen können und so. Oh, weil Kim macht hier noch eine Kamera rein. Einmal mit fähigen Leuten. Einmal. Zehn Sekunden. Dappeldraht verlegt. Fünf Sekunden noch. Die Position der Geisel ist sicher. Abstand. Er hat noch keine Wäste genommen. Ich hör's, wir sind auch wieder so richtig mächtig platziert. Halt die Schnauze. Ich hab' alle Drohnen zerstört dafür. So muss das. Wo bringe ich denn hier noch eine Fälle an? Willkommen. Dass sie da keine Reinforstinger haben. Mann, ich hab' schon drei Drohnen mit dem Störsein geholt. So viel aus, dass sie mächtig platziert sind. Au, 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 fuck it. Da hinten sind welche. Oh, scheiße. Das war ja so, danke. Den drehen. Oh, fuck. Alter, sieh über den Trepp jetzt auch noch runter. Ach, Mann. Ach, Mann. Was ist denn los? Dagi B spielt gegen uns. Ja klar, Mann. Ich ball auf ihn, er gibt mir nen Headshot. Ach, was soll denn das, ey? Ball drittel totes. Alter, du bist Puls. Geh' aus der Kamera raus, du Vollidiot, ey. Ja, und du scheiße. Alter, die Valkyrie-Kameras sind so richtig geplant gewesen, Mann. Boah. Alter, Fall da, ey. Es ist keiner bei der Geisel. Wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Nicht mehr. War bei der Geisel sofort gestorben. Wird schon mal bei der Geisel entdeckt. Ja, ich war auch noch da. Ich war halt in der Ecke. Geisel, wo der Ecke ist? Ich hab's doch gesagt. Alter, Fall da haben wir's mal gekriegt. Oh, mein Gott. Dagi B hat ihn gekehlt. Jan, wie Dagi B. Richtig stark. Richtig stark. Ah, Leute. Was ist denn los hier? Ja. Ich weiß das ja noch mal gar nicht. Alter, Boahle schläft noch. Tja. Kann ja nicht immer nur an mir liegen. Doch. Doch, ganz. So, IQ ist on the road. Okay, IQ. Doch, jetzt sehr gut. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. So, wo haben wir sie? Lokalisiert die Geisel. Ich sag, helle Beating Hall. Lokalisiert die Geisel. Beating Hall. Die Geisel wurde lokalisiert. Beating Hall. Die Geisel wurde lokalisiert. Einer ist oben. Mindestens einer. Lass mich da durchfüllen. So, mal gucken. Einer geht hoch. Ja. Zehn Sekunden bis Einsatz. Fünf Sekunden. Wie wir entdeckten Zusammenhalle. Geil. Ich schlafe, weil wir das nicht über den Forster kommt mal an. Höhen wir auf die Kamera schießen. Das IQ ist mega schnell. Ja, natürlich. Das ist was Falsches. Woher ist der Deck? Ich erinnere bei Kyra. Ne, hier ist eine normale Kamera, die entzieht. Hab's hier. Ähm. Alter, wo ist der? Wie ist der jetzt da oben drauf gegangen? Im Turm drinnen, Alter. Einer ist vor. Ich hab's oft gesagt. Ja, ja. Ich glaub, der ist eher in dem Kinderzimmer drin. Da ist zu. Also kann nur das... Ja, einer. Ah, f***. Ich hol mich einer. Ist er down? Ja, nein. Nein, das ist nicht da oben. Jetzt ist er dran. Du auch. Ja, ich hab mich doch vorne drangestellt. Wie hat er dich gekillt? Ich scanne. Wo ist das von mir? Einhaft Träne hier. Ich hab' mir EMB-Kranate geworfen. Ich hab' mir ausgeschaltet. Ich hab' mir ausgeschaltet. Ja, leck'o mir haben die hier... ...zugemacht. Die Drohne ist startklar. Ah, da ist doch einer. Wo? Weg ins Eck. Welches Eck? Hier. Hier auf der Seite. Kann man da durchschießen, eigentlich Kim? Ja. Echt? Im richtigen Winkel, das kannst du hier unten durchgucken. Ah, lol. Ja. Ah, an der Tür. Wo an welcher Tür? Alter, links. Ah! Der mich verarschen, trefft den. Das ist der zweite Typ nicht. Nein, der Moment, wo ich ihn visierde, war Kim da. Ey, das gibt's doch nicht. Hey, warum krieg ich denn keinen Headshot von mir rein? Der trefft ihn einfach beide nicht. Doch schon. Muss nachladen. Es ist doch so lächerlich, dieses Spiel. Oh, doch einer verlierst fast round. Alter, der hat dich auch gegillt. Das fällt dir jetzt erst auf. Ich hab's nicht geschafft, richtig präzise hinzuzählen. Zack, weg. Ja, der snackt wieder ab. Leute, er hat auch noch ungefähr zwei Striche. Der hat ein Leben noch, gell? Hehehe. Der hat er das hingekriegt. Oh, und er leckt. Geil. Er leckt gar nicht auf. Ja, das hast du sehr gut vorausgesehen. Willst du mich verarschen? Doch so lächerlich. Leid, dass dein Bruder jetzt mal hier kommt. Aber wenigstens einen der Kanonenfutter spielen kann. Gehen wir nicht direkt drauf. Hey, wir haben bis jetzt fünf Runden am Stück verloren. Ja, das ist schon als Ausbaufähre. Läuft bei uns, würde ich sagen. Läuft bei uns, fett bist du geworden. Ich hab noch nicht mal einen Kill gemacht, die Runde. Auch nicht, Platz zwei, bin Null. Der Ball muss immer Frost spielen, macht er jetzt ein paar Kill. Kann ich immer das gleiche spielen? Doch, kannst du schon? Doch, kannst du schon? Nein. Geht ziemlich gut sogar. Der Roms auch wieder so kackt. Save. Kann ich bestätigen. Leute, immer schon zumachen hier. Der Geisel ist bedroht. Drei Sachen. Wow. Ich lade ein neues Magazin. Ich lade, mach doch mal die Wände zu. Dann haben wir mal was playst. Wanns verstarb. Nur noch fünf Sekunden. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zu Leise. Wir haben immer noch die Tür auf, wenn ich einfach durchlaufen kann. Läuft ja richtig. Wenn sie zugewiesen wäre, hättest du dich beschwert, dass du nicht reinkommst, oder? Tracker ist noch offen hier. Ja, ich weiß, aber ich habe eine Kamera oben. Hört sich hier. Warum machst du da auf? Wow. Ach, come on. Twitch drohne. Ist weg. Kameraübertragung läuft. So, jetzt gucken wir mal. Feind lokalisiert. Da sind aber verdammt viele. Wollen oben rein, 100. Hier drüben ist die Kamera. Kamera ist weg. Ja, sie wollten die wohl die Medien holen? Hm. Wenn sie da durch wollen, da ist gereinforcet. Reinforcet. Und gestört. Wir haben das Thatcher. Und ein Fragezeichen, der wahrscheinlich da mal ist. Mega räumt grad auf, das. Wir wollen den direkten Weg über den Flur nehmen. Brauchst du, brauchst du, brauchst du. Das Thatcher kommt zu mir. Ja, sag ich ja. Komm hier, über den Flur. Irgendwo, wo was auf dem Land. Warte, bei dir war irgendwas. Ja, bei mir hier. Ich hab ihn gedauert, einen getötet. Ich bin gedauert. Wir sind im Geiselraum, by the way. Böning, ich versuche es zu dir zu kommen. Einer ist bei mir. Scheiße. Thatcher ist bei mir noch. Gewesen. Ein Gegnerverbleib. Er ist drinne. Schön, er ist drinne, bei dir. Nein, hier. Doch. Hier soll ich habe gepinkt. Ah, das ist auf der Rückseite. Dann gehe ich aus der Kamera raus. Wo ist er jetzt? Immer noch rechts von dir. Guck zu. Ja, ich habe ihn gepinkt. Rechts von dir. Ach nee, komm. Ich hab ichser pinkt da die ganze Zeit. Ich für ein Böen. Ja, aber doch nicht fünfmal. Ich habe immer nur einmal gepinkt. Ja, dann war noch irgendein anderer, der auch noch mal dreimal gepinkt hat. Tja. Jetzt gibts doch nicht. Ich bin so schlecht heute. Das ist doch so lächerlich. Ich höre auf jetzt heute. Ich habe keinen Bock mehr. Da ist er noch im Raum drin, der Junge. Aber zum Glück leckt er sich nicht durch. Aber die wurde tatsächlich verloren. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Du bist aufgeflogen. Wir haben ihn verloren. Oh je, oh je, oh je. Das war ja eher ungeil. Na los, ey. Tja. Ja, liebe Freunde. Wer hat es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Neu auf dem Kanal. Würde mich ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. May we fun be with you.